Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hunt Showdown. Heute spiele ich eine Winfield und eine normale Nagant und ja, das ist ein relativ frisches Prestige Level, deswegen habe ich so gar keine besondere Ausrüstung dabei, aber die Winfield ist eben eine sehr solide Waffe, die man das ganze Level über durchspielen kann und einfach super funktioniert. Und ja, was passiert? Wir hatten eine Nachtrunde mit einem Single Boss und ja, der Boss wurde gelegt. Das Team, das den Boss gelegt hat, hat die ganze Zeit den Boss leer rumgehockt und wir durften uns mit den ganzen Angreifer-Teams rumschlagen. Ja, wie gesagt, es war Single Boss, alle waren da und ja, man hat halt ein bisschen gekämpft. Es waren sehr coole Kämpfe und wie das Ganze ausgegangen ist, wer am Schluss das Bounty mit rausgenommen hat. Das seht ihr jetzt in dieser Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. ...Wie viele fehlen da noch? Da vorn, ah ne. Ich glaube da vorn habe ich irgendwo einen gehört. Vielleicht wird der Mittelsinn, da sind ja immer mal welche reingehört. Da vorn, ah ja. Wir haben noch ein paar kleine X-Pier. Da vorn, X-Pier. Da vorn, X-Pier. Da vorn, 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 vorn. Da vorn, 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 vorn. Wo, wenn leuchten die Sterne? Da unten saufen wir. Alter, wie viele Dicke stehen denn hier? Aber jetzt wird das auch geboten. Ich wollte gerade sagen, da hörst du doch. Das meint schon wahnsinnig geil, diese Farbe. Musste das sein? Was? Hast mir das Feuer gedrängt. Ich war vor dir an der Tür, du kommst angestürmt wie ein Berser Hacker. Ich bin absolut unschuldig. Ich hab mir den A-Rot gemacht und wollte dann zum Clou. Das war der Plan. Ja. War ja viel früher da, als wie du. Wenn ihr irgendwann noch ne Consumable seid, könnt ihr mal nen Scheiß sagen. Stark. Darfst du es doch noch einen jetzt brauchen? Naja, stark. Einfach stark. Das ist einfach mal ne erste, erste Ding von der 3. Wann hab ich angefangen? Letzte Woche oder so? Alter, musst du schon hier? Achso, ja. Gut. Ja, wir sind schon hier. Ruhig. Käfer? Irgendwo fliegt ein Käfer. Ihr benutzt keinen, ne? Ne, ne. Noch nicht so gut im Abschießen mit den Dingern. Der fliegt da oben in den Bäumen irgendwo rum. Hier kommt ein Tick um nach dem Team. Hier kommt ein Tick um nach dem Team. Und so, dass ich sie schlagen höre, hier vorne? Mhm. Hier vorne schon auf dem Kampond. Ging ja Schuss auf dich? Ne, ich hab geschossen wegen Bidl. Okay, da oben ist Stacheldraht, da werden wir nicht rein können. Ja, hier hoch werden sie bestimmt auch nicht gehen wegen des Dicken. Und wie gesagt, ich mein, da vorne waren sie schon. Jaja, ich will nur wissen, von wo wir vom Bounty beschlossen werden können. Ah, ich will da scheiße in die abschießen, muss ich sagen. Der trefft sie nicht. Der kommt entweder ein Nachzügler oder noch ein Team. Ja, ich mein, Singoboss kann alles sein, ne? Jaja, deswegen. Da vorne ist ein Armort, David. Ja, ich bin ganz woanders. Ja, ich komm mal her zu euch. Ich bin alleine. Du, du, du. Einer ist hier vorne auf dem Dach. Und einer ist hier direkt bei mir. Also bei euch ist das safe oder was? Kann ich zu euch kommen? Also hier auf dem Weg hierher? Ja, hier. Ich wurde gesehen. Direkt vor mir Schalldämpfer. Da hinten dran. Ne, hier vorne, hier vorne, hier vorne. Ja, sag ich doch. Da hinten dran. Achtung, Zombie hinter dir, Tim. Ich weiß. Ist abgehauen. Noch da hinten. Schalldämpfer haben wir vorbeigeschlugen. Ball ist ein, Ballerbogen, Ballerbogen, Ballerbogen. Hier vorne. Einer hat nen Hit. Einer läuft mich rechts. Einer down. Einer down. So, ein. Einer. Kann ich gerade kurz. Gänsel steppt doch was. Ja, 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 ja. Hey, hey, hit hier vorne. Der Indianer. Wax. Down. Schön. Ich muss drin looten. Ich hab ja nix, Mann. So, ich hab meine Köder zurück. Die Runde ist gerettet. Glückwunsch. So. Aber da mit Pfeil und Bogen, der Typ lebt noch, ne? Ja. Ich hab niemanden mit Pfeil und Bogen gehört. Oder gesehen. Ich hab den mal anzünden hier. Ich hab den gelodet, ne? Ich hab den gelodet, ja. Da fliegt ein Käfer bei uns rum. Oh, der. Hier, 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 hier. Der ist low. Down. War da gezückt. So. Wo war denn der Zweiter, den der gemacht hat? Der war hier irgendwo. Den wollte ich gerade suchen zum Lupen. Der war der Schlangenmann vom letzten Event. Ja. Okay. So, komm. Jetzt gib mir mal irgendwas cooles. Erstmal fahren wir auch da. Ja, ja. Da bin ich gerade. Aber ich hab halt schon dabei. Du kannst looten, ne? Ach so. Sag doch. Ja, ja. Das ist mir auch was aufgefallen bei dem letzten. Und hier liegt noch einer? Ja. Vielleicht noch so noch den zweiten. Ich hab's gemacht. Hier, hier, hier. Hier, hier. So, theoretisch dürfen wir jetzt nur noch das Bosteam haben. Ja. Ja. Ach, was weiß ich nicht. Ach, was weiß ich nicht. Ich hab's ja nur eins gemacht. Ja. Und so viel geballert war jetzt ja noch. Ja, aber die haben auch schon was gekillt. Wann denn? Es sind... Da sind noch mehr gestorben. Weiter weg. Ja, weiter. Ich weiß halt nicht, ob die das ganze Team ausgeschaltet haben, aber es sind... Wann sind denn weiter weg welche gestorben? Während dem Kampf! Ich werde vom Schalter verbeschossen. Von drinnen wahrscheinlich. Ne, 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 ne. Der fliegt immer noch an mir vorbei. Jo, der schlägt hier ein. Der muss da hinten irgendwo sein. Schätze ich mal. Ach wo? Weiß ich schon nicht. Das ist aber hier in der Tür eingeschlagen. Ja, ja. Und Bogen hab ich übrigens auch noch nicht gesehen. Glaub ich. Glaubst du? Ich hab da, was ich mich bewegen sehe. Die haben wohl auf mich geschossen gerade. Ja. Jupp. Die sind mit... Ja, aber... Sind zwei. Mindestens. Einer hat nen Hit. Noch nen Hit. Einer ist da oben. Wau, wau, wau. Ich bin vergiftet. Ich brauch bloß noch mehr. Down. Ich bin auch vergiftet. Ja der blendet, der schmeißt ne Flash. Ich muss mich gleich heilen. Ja ich auch. Einer ist down von denen. So lass mich kurz heilen. Ja die haben jetzt, die haben jetzt Zeit aufzustellen. Das ist Bugs ne? Ich hab jetzt ne Mosin. Okay egal. Tier 1 war schon mal down. Wie gesagt da oben war noch einer. Ist ne Chaosbombe. Ich wollte nur ein bisschen gucken ob er sich bewegt. Da ist er. Ah nein das ist ein Armord. Sorry. Es ist Nacht. Ich seh nichts. Ich hab halt keine Ahnung wo die sind. Die haben hier in den Büschen gehockt. Wenn die sich jetzt nicht bewegen. Das ist die Chaosbombe. Jetzt hab ich ein Armord getriggert. Wo waren die denn? Einer war da oben. Zwei waren da hinten und da hab ich auch einen erschossen aber der könnte schon wieder stehen. Aber ich weiß es nicht. Aha die hat geschossen. Nein das ist ne Chaosbombe. Nein ich wurde grad geschossen. Jetzt hab ich es aufschlösen. Alles klar. Und das hier bleibt sie auch immer noch drin ne? Ja. So wenn wir haben sie böse Shotguns oder? Ah ich find's nett dass sie auf uns warten. Ich hab immer Angst wenn hier oben frei ist. Weißt du? So weißt du von wo der geschossen hat? Irgendwo in die Richtung ungefähr. Ja hier vorne läuft noch. Oh die schießen auf mich die Schweine. Hier dahinter. Hier dahinter. Käfer irgendwo? Ja ja ja. Der liegt ja made von denen. Ah da haben sie nicht aufgestellt. Sehr gut. Ein schwarzer im weißen Shirt. Ja. Okay von weiter weg. Lucky Ace. Mit ner... Mosin. Hast du was zum anzünden? Ich nein. Ich krieg die ganze Zeit nur Crap. Wie zum Beispiel Chaosbomben. Was hat denn der nochmal? Wo? Ob der Volker. Oder? Äh. Keine Ahnung. Nee. Also ich weiß was du gemeint hast. Aber er hat sich nicht bewegt. Deswegen... Da fliegt der Beatle. Ja ich weiß. Ich suche ihn da. Ist weg. Ich loote den mal ganz... Ah hier bei mir. Warte nicht. Kann sein dass du nur zu zweit sind? Wirklich ja. Jetzt ist ja der Diameter noch brennt. Äh der da liegt. Oder? Ja ich hab bis jetzt nur den Blackout und den Toten gesehen. Wohin ist er jetzt schon wieder verschwunden. Ich weiß es doch auch nicht. Ja hopper. Ist down. Gott sei dank. Schön. Aber das war nicht der Blackout. Hä? Kann man doch... Ich war... Ich wurde gemacht von dem neuen hier Schlangen skinn. Von dem Schlangen skinn? Aber die haben wir doch vorhin gemacht. Aber die die du jetzt gemacht hast, die war schon die ganze Zeit. Die hat auch mich schon voll geschossen. Das weiß ich. Okay vielleicht habe ich die mit dem... Das hast du vielleicht mit dem Blackout vergesagt. Die wird definitiv hier hinten schon da. Der Schlangen skinn kann... Aber der Viper... Ja? Der war zwar schon tot... Oh Gott! Vorne, Vorne! Er hat auch die Spiel. Du musst kurz zurückheilen. Ja mach das. Musst kurz nachladen. Ich brenne! Ich brauche Hilfe. Der Chaos? Ja. Nein, die Scheiß. Oh shit! Ich brenne schon wieder. Ich glaube der pusht mich jetzt. Ist hier unten irgendwo? Lass mich mal kurz heilen. Ich bin mega low. Der kommt zu mir. Da ist die... Der ist direkt hinter meinem Felsen, wo ich mich verstecke. Da hinten dran ist er. Alter! Hat Hit? Nein! Er stirbt aber nicht. Ja, ich muss vorsichtig sein. Ich bin... Mein Balken ist fast komplett weggebrannt. Na ja. Ja. Hier ist einmal high low als der Boss. Alles gut. Nee, es ist weggebrannt halt. Kannst du mal gucken, ob die Bordes noch da sind? Nicht? Ja. Nee, die sind schon bei Darren. Ich lenke ihn ab. Der ist hier hinten dran. Danke. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Das ist jetzt der letzte. Müsste ja, wenn da nicht wieder einer Sneaky aufgestellt hat oder so. Kann er ja nicht, weil der andere lag ja bei uns, wo wir gekämpft haben. So. Aber der war ausdauernd. Hat er gut gemacht. Hat er gut ausgespielt. Wollen die Leute sagen, nö, nö, nö. 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 Na, hätten wir aber auch gemacht. Natürlich. Aber... Die wissen ja nicht, wie scheiß knapp das dann bei uns war. Was sagst du noch, Hashi? 75 HP oder so? Ja, ich hab 75 HP. Hier liegt doch einer, was am Luten wollt. Jupp. Du hast Vulture, ne? Ich hab Vulture, deswegen mach ich erstmal nichts mehr. Ich komm, ich komm, ich komm. Weißt du, Tim, Tim weggebrannter Balken, alles? Also... Ne, der ist wieder regeneriert. Aber das war halt noch 1 HP in diesem Balken, der weggebrannt war. Okay, okay, okay. Wo ist der Hunter? Ich geh mal die nette Dame noch suchen. Wo hab ich denn die gemacht? In irgendeinem Busch. Alle bitte. Wir müssen mit Gift noch nicht spielen, ne? Wir müssen alle Hunter vergiften. Hä, wo war die denn? Ah, die war da glatt. Da, glaub ich. Ja, da ist er. Ah, die hab ich schon, okay. Hier ist die andere. Ja, die haben wir auch schon. Den Indianen hatten wir auch schon, kann das sein? Ja. Ah, der ist schlimm, der ist ja sogar schon vertraut. Machen wir's mal auf die Socken, ne? Ja, jetzt müssen wir Gas geben. 3 Minuten 20 über die ganze Nacht. Ja, trotzdem. Wenn du nur läufst. Da, guck mal wie das läuft wenn ich keine Legs hab. Ist doch schön. Ja, deswegen. Alles easy, alles easy. Danke wieder Tim, ich sag's dir. Gern geschehen, gern geschehen. Danke, dass du unsere Carries die ganze Zeit. Kein Problem, mach ich gerne für euch. Lach da. Hm? Pistolen Grunts wär noch ein Thema. Wohl, ne. Es gibt aktuell auch den Bug, dass, äh, dass es passieren kann, dass der Teil mal nicht auf 5 Minuten rüber gesetzt wird. Okay. Aber ist jetzt nicht so. Ja, das sollten wir im Normalfall schaffen. Ja, das schaffen wir auch. Ja, das ist ein Armord. Das ist ein Armord. Ja, danke. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Äh, Hashi, wir müssen noch auf David warten, ne? Hab gesagt, ich geh noch zum Mieten. Jajaja. Du kannst dich ja mal beeilen. Ja, bin ich dabei. Ich glaub jetzt können, ja. 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 Ich hab nur in die Luft geschossen. So, ähm. Schickt mal ne Auswertung, ich bin wieder begeistert, muss gleich. Ach ja, da kein Bounty, aber die spaßigste Runde. Okay, 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 bin schön einverstanden. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hunt Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.